Entdecken Sie das Power-Cooling-System von Liebherr und erleben Sie die Zukunft modernster Lebensmittellagerung. Mit dem Power-Cooling-Lüfter können Sie auf eine stets perfekte Luftqualität vertrauen. Der integrierte Aktivkohlefilter reinigt die Luft im Innenraum und bereitet sie zuverlässig auf. Das Power-Cooling-System kühlt Ihre frisch eingelagerten Waren schnell und effizient und sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im kompletten Innenraum. Vier Sensoren messen dabei fortlaufend die Temperatur. Kühle Luft strömt in die BioFresh-Safes für die perfekte Temperatur und Feuchtigkeit und somit für eine langanhaltende Frische Ihrer Lebensmittel. Eine optimale Verteilung der Luft auch hinter der Türverkleidung kühlt alle Lebensmittel auf den Punkt genau, einschließlich der Waren in den Türabstellern. Monolith von Liebherr. Mehr Raum für puren Luxus.